Vielen Dank an alle, die jetzt gekommen sind, noch mal sehr herzlich hier in der Akademie des Jüdischen Museums Berlin. Und freue mich, dass wir mit unseren drei Gästen jetzt gleich die Frage diskutieren werden, ob die Gefahr eines neuen Faschismus in Europa, vor dem zum Beispiel Politikerinnen wie die ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright warnen, ob und wie real eine solche fundamentale Bedrohung unserer Demokratie tatsächlich ist. Ich freue mich sehr, dass wir für diese Diskussion drei hervorragende Expertinnen und einen Experten gewinnen konnten, die ich Ihnen jetzt gerne kurz vorstellen möchte. Naika Foroutan ist Professorin für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik und Direktorin des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen Islam- und Muslimbilder in Deutschland und bekannt geworden ist sie deutschlandweit durch ihre Intervention in die damals sehr kontrovers geführte erste sogenannte Sarrazin-Debatte 2010. Darüber hinaus hat sie, das ist auch sehr interessant und wichtig auch für unsere Kontexte, den Begriff der postmodernen, Entschuldigung, der postmigrantischen, der postmodernen Gesellschaft, nein, der postmigrantischen Gesellschaft in die breitere wissenschaftliche Diskussion eingeführt. Herzlich willkommen, Naika Foroutan. Miriam Zardoff ist Historikerin und Judaistin und seit diesem Jahr die neue Direktorin des NS-Dokumentationszentrums München, einem Lern- und Erinnerungsort zur Geschichte des Nationalsozialismus. Zuvor war sie mehrere Jahre Professorin für Geschichte an der Indiana University in Bloomington, wo sie einen Lehrstuhl für jüdische Studien innehatte. Mit ihr können wir also gleich nicht nur über die Situation in Deutschland sprechen, sondern auch über die USA oder zumindest einen kleinen vergleichenden Blick einnehmen, wo die Gefahr der extremen Rechten von vielen ebenfalls mit dem Begriff des Neofaschismus in Zusammenhang gebracht wird. Herzlich willkommen, Miriam Zardoff. Und last but not least an meiner Seite Gideon Bocz. Er ist Politikwissenschaftler und Leiter der Emil-Julius-Gumbel-Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus am Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien der Universität Potsdam. Ich denke immer bei Naikas Institutstitel, das ist schon lang, aber du toppst das heute Abend. Ein besonderes Augenmerk seiner wissenschaftlichen Arbeit liegt auf den Ausformungen des Rechtsextremismus als historisch gewachsene politische Bewegungen. Im Rahmen eines aktuellen Forschungsprojekts untersucht er die historischen Entwicklungspfade der extremen Rechten in der Bundesrepublik. Mit ihm können wir also nicht nur über die jetzige Situation sprechen, sondern auch die Frage, was sich vielleicht verändert hat gegenüber zum Beispiel der Zeit der Nachwendejahre. Herzlich willkommen, Gideon Bocz. Wir haben dieses Panel genannt, Präfaschistische Zeiten, Fragezeichen. Und entlehnt haben wir das oder sozusagen inspiriert wurden wir von einem Interview, das du, Naika, in diesem Sommer dem Tagesspiegel gegeben hast und das sehr breit rezipiert wurde. Du hast darin von den Auswirkungen des politischen Rechtsrucks gesprochen, die du siehst und dabei gesagt, dass die gesellschaftlichen Entwicklungen, das ist jetzt ein Zitat, in eine präfaschistische Phase weisen würden. Ich würde dich jetzt gerne zu Beginn bitten, dass du noch mal erläutert, wie du das meintest. Stehen wir am Beginn des Weges in einen neuen Faschismus und woran würdest du das festmachen? Ja, vielen Dank erst mal für die Einladung. Und es tut mir natürlich sehr leid für Sie alle, dass jetzt wir, nachdem das eben schon so quasi ein bisschen privat wurde und so, dass wir angefangen haben, den Gedanken an eine vor uns liegende Feierlichkeit in uns zuzulassen, dass wir jetzt noch mal in so ein deprimierendes Panel einsteigen. Wir haben uns auch schon abgesprochen und uns alle gegenseitig gewünscht, dass wir danach noch die Kurve kriegen und positiv enden. Also halten Sie durch bis zum Schluss. Aber in der Tat, dieses Interview hatte ich gegeben, weil ich kurz davor das Buch von Fritz Stern, Kulturpessimismus als politische Gefahr, versucht hatte zu lesen. Ich gebe zu, dass ich dieses Buch seit ungefähr eineinhalb Jahren lese und es nie zu Ende lese und immer wieder von vorne anfange, weil es mich ab einer bestimmten Kapitelstärke so sehr deprimiert, dass ich es weglegen muss und dann ist das so dicht, dass man es wieder anfängt. Also ich kann es trotzdem Ihnen allen empfehlen, wenn Sie noch nicht wissen, was Sie wem schenken sollen, schenken Sie das und lassen Sie der Person viel Zeit. In jedem Fall ist dort, er hat sich Fritz Stern sehr viel auseinandergesetzt mit eben diesem Begriff Präfaschismus oder die Phase, die er benannt hat und er hat eine Analyse gemacht des bestehenden Denkens vor dem Ausbruch des Nationalsozialismus und hat das darin beschrieben, dass er drei große deutsche Denker der damaligen Zeit zurückverfolgt hat und deren Dystopien analysiert hat und beschrieben hat, welchen Effekt das auf die Wahrnehmung von Gesellschaft hat. Die Angst, dieser Moment zu glauben, nichts entwickelt sich weiter, alles ist eigentlich am Ende der Erkenntnis angekommen und die Gesellschaft ist in einem Zustand, in dem im Grunde genommen der Moment des Desasters greifbar erscheint. Und ich habe das für mich mit diesem ganzen Gefühl von Klimawandel, von unkontrollierter politischer Entwicklung, vom Aufstehen und Verfestigen von Diktaturen in Verbindung gebracht. Das ist auch so. Er hat das Buch in den 50er Jahren geschrieben, aber wenn Sie das lesen, glauben Sie, das ist von gestern. Und darin beschreibt er, dass im Grunde genommen die präfaschistische Phase sich dadurch gekennzeichnet hat, dass man auf einen Erlöser gewartet hat, auf jemanden, der kommt und mit all dieser Dystopie ein Ende macht und etwas gänzlich Neues anbietet. Und dieses gänzlich Neue, das Erschaffen eines neuen Staates, eines neuen Lebensentwurfs, eines neuen Lebensmodells ist. Und in dem Sinne könnte man sagen, dass vielleicht das, womit wir im Moment konfrontiert sind, nicht so wirklich ein neues Angebot ist, sondern eher ein Angebot mit einem sehr starken Blick nach hinten. Allerdings haben diese Denker das auch ins Gespräch gebracht. Nämlich nur dadurch, dass man sich wieder dessen gewahr wird, was eigentlich im Leben der Anker ist, das Fundament ist, das, was immer Bestand hat. Nur dadurch könne man sich dem zur Wehr setzen, was das ganze 19. Jahrhundert so stark geprägt hat. Nämlich diese ganze Idee des Neuen, die die menschliche Existenz zerstört. Und so ein bisschen hat diese Analogie mich daran erinnert, wie dystopisch im Moment die Zeit wahrgenommen wird. Dieses Gefühl von, es braucht einen Schnitt mit der etablierten Politik, mit der etablierten Elite, mit allem, wie wir bis jetzt gedacht haben. Und das Angebot liegt so stark in der Vergangenheit. Miriam Zardoff, gegenüber solchen Analysen, wie jetzt das, was Naika vorgebracht hat und auch in ihrem Interview beschrieben hat, wird ja oft der Vorwurf erhoben, da werde jetzt die Nazi-Keule geschwungen. Aber auch seriöse Kritiker geben ja zu bedenken, dass der Begriff des Faschismus eine sehr spezifische historische Phase der 20er und 30er Jahre beschreibt. Und manche meinen daher, man solle ihn besser eben nicht auf heutige Entwicklungen anwenden. Das NS-Dokumentationszentrum, das sie leiten, hat ja zum Ziel, darüber aufzuklären, wie es begann, also wie der Aufstieg des Nationalsozialismus zu erklären ist, wie es dazu kommen konnte, dass sich Bürger, Verwaltung, Justiz auf kommunaler Ebene eben daran beteiligten. Wie würden Sie das sehen? Ist so ein Vergleich zu der Zeit der Weimarer Republik ja überzogen? Oder sehen Sie ebenfalls Analogien? Und was können wir vielleicht auch lernen aus den Fehlern der damaligen Demokraten? Ich glaube, das ist eine Frage, die uns alle im Moment umtreibt. Ich hatte vor einigen Monaten einen Rundgang bei uns im Haus mit Charles Bronfman, dem jüngeren Bruder von Edgar Bronfman. Und wir sind so durchs Haus gegangen und es geht im Prinzip um den Aufstieg des Nationalsozialismus in München. Und irgendwann so nach einer Stunde schaut er mich an und sagt, may I ask you a question? Und ich habe dann gesagt, ja klar. Er schaut und zögert wieder und are there any parallels to Trump? Ganz leise. Und dann habe ich gesagt, ja, also es ist ein bisschen schwierig. Sie liegen so auf der Hand. Man geht dann so von den Themen Flüchtlinge zur Definition von Volksgemeinschaft, Ausgrenzung, also dieser ganze Bereich von Othering. Dann hat man mit den wirtschaftlichen Eliten zu tun, die das System unterstützen. Und man schaut auf die Republikaner in den USA, man schaut auf Deutschland und fragt sich, wo sind denn die wirtschaftlichen Eliten, die jetzt mal doch bitte sich hier melden sollen, abgesehen von Herrn Käser. Und wir haben dann lang darüber gesprochen und das ist natürlich ein Thema, das uns alle umtreibt. Und es ist interessant zu sehen für mich als Historikerin, dass nach einer Phase, in der alle an den Universitäten und in den Verlagen das Gefühl hatten, naja, die Zeit der historischen Sachbücher ist vorbei, gibt es jetzt ein großes Revival, weil alle in die Geschichte schauen und sich fragen, ob wir hier irgendwelche Antworten finden. Und das ist natürlich das, was uns so ein bisschen treibt, dann auch auf 1933 zu schauen oder auf die Zeit davor. Wenn man jetzt mit Marx sprechen würde, würde man sagen, jede historische Wiederholung ist eine Farce. Wir erleben aber eben keine Farce und deswegen glaube ich auch, dass es anders ist. Ich kann aber dieses Bedürfnis sehr gut verstehen. Ich habe den, also im November 19, November 19, November 2016 in USA erlebt und dieses Einschlafen im Obama-Amerika und Aufwachen im Trump-Amerika war ein Schock. Und es ist uns dann allen so gegangen, dass wir dann eben auf 1933 geschaut haben. Es gab an vielen Universitäten so Reading-Groups, wo man sich zusammengesetzt hat und Texte aus der Zeit gelesen hat, einfach weil plötzlich alles anders schien. Man hatte das Gefühl, das ist ein ganz anderes Amerika. Es ging um Rassismus, es ging um Antisemitismus. Es gab viele alltägliche Übergriffe, die plötzlich auf der Tagesordnung lagen. Und dann haben wir Hannah Arendt gelesen, die sagt, nein, 1933 war eigentlich kein Schock. Man wusste genau, was auf einen zukommt. Und man hat sich dann gedacht, ja, hat man es nicht vielleicht schon gesehen? War denn dieses Obama-Amerika so gut? Und ich glaube, wenn man es sich genau anschaut, es gibt natürlich Parallelen. Ich glaube aber, dass die Unterschiede größer sind. Die Parallelen, aus denen man vielleicht auch lernen kann, sind meines Erachtens die, dass es besonders dann heikel wird, wenn Parteien Gewalt für gut heißen, Gewalt nicht verurteilen. Wenn sich dann die Polizei nicht einmischt, also wenn der Rechtsstaat dann nicht funktioniert. Und das ist ja Gott sei Dank der Fall jetzt bei uns. Aber das Problem ist, wenn Institutionen umgekrempelt werden, also wenn die Mittel der Demokratie nicht mehr genutzt werden, also wenn wir nur mehr mit Empörung beschäftigt sind, aber eigentlich nicht überlegen, was wir dagegen tun können. Dann finde ich, wird das sehr heikel. Und das sind auch meines Erachtens auch Parallelen. Oder da gäbe es Parallelen. Ich glaube, die Instrumentalisierung dieses Abgrundes in der Bevölkerung ist eine Parallele, die man auch aufzeichnen kann. Eben die Frage, welche Rolle spielen Eliten? Wie positioniert man sich jetzt? Das scheinen mir alles Parallelen zu sein, aus denen man hier durchaus auch etwas lernen kann. Und vor allem lernen kann, eben zu überlegen, welche Mittel hat die Demokratie, sich dagegen zu wehren. Auf das Gewaltpotenzial und Fragen von Rechtsstaat möchte ich später noch einmal zurückkommen. Ich möchte dich, Gideon, jetzt erst einmal fragen. Ich habe es ja eingangs gesagt, dass ihr bei euch in der Forschungsstelle untersucht, wie der Rechtsextremismus als politische Bewegung eben danach strebt, politischen und kulturellen Einfluss zu entfalten. Und das ist ja nicht neu. Das gab es auch in der Geschichte der Bundesrepublik natürlich schon. Aber es macht sicherlich einen Unterschied, ob rechtsorientierte Parteien mit zweistelligen Wahlergebnissen aufwarten können und in Parlamenten sitzen oder nicht. Also der Einzug der AfD in den Bundestag hat ja zum Beispiel den Weg freigemacht für eine parteinahe Stiftung, die Erasmus-Stiftung, unter Vorsitz von Erika Steinbach, sodass einige jetzt eine Kulturrevolution von rechts fürchten. Deshalb jetzt auch an dich die Frage, wie siehst du das? Steht uns jetzt ein Marsch durch die Institution der Rechten bevor und leben wir eben angesichts solcher Entwicklungen in einer präfaschistischen Zeit? Also so eindrucksvoll ich dein Interview fand, Naika, ich fand, das hat uns sehr beschäftigt, aber eigentlich eher in den Punkten, weniger sozusagen in dem Pessimismus, sondern eher in der Beschreibung von gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen, die wir, glaube ich, nicht aus dem Blick verlieren sollten, wenn wir über die Situation heute sprechen und auch wenn wir über die Vergangenheit sprechen. Ich bin nicht sehr glücklich mit dem allzu starren Gucken auf diesen Extrempunkt 33 und sozusagen die Analogie zu suchen im historischen Nationalsozialismus, den wir als deutschen Faschismus definieren können, wenn wir wollen, weil wir damit sozusagen ein ziemlich, also sozusagen das Extrembeispiel setzen und möglicherweise nicht mehr sehen, was sich dazwischen an schwierigen, problematischen, bedenklichen Entwicklungen tut. Und weil ich auch glaube, dass es ein paar ganz gravierende Unterschiede gibt, die wir im Blick haben sollten, wenn wir uns überlegen, wie wir Entwicklungen in Zukunft weiter gestalten wollen, in einem zivilgesellschaftlichen, zivilen und demokratischen Sinne. Das finde ich immer so das Bemerkenswerteste im Unterschied ist, dass wir uns die Nationalsozialistische Partei wie alle faschistischen Bewegungen als junge, vorwärtsdrängende Kraft vorstellen müssen, die auch tatsächlich sehr viele Jugendliche und junge Anhänger hatte, die die Zukunft im Blick hatten. Also eine Zukunft, die sie mit brachialer Gewalt beabsichtigten zu gestalten. Auf eine Weise, die wir verheerend finden, aber das ist sozusagen die Perspektive, die man im Blick hatte. Wenn wir doch heute mit einer Bewegung konfrontiert sind, und das würde ich sagen, macht sich schon auch international aus, zumindest in Westeuropa und wahrscheinlich auch in den USA, die sehr stark etwas zurücksehnt tatsächlich und die sehr wenig anzubieten hat, was zukunftsträchtig ist und die deswegen überdurchschnittlich stark in den Altersgruppen, angefangen vielleicht mit meiner Generation plus minus fünf, also die doch schon irgendwo mehr so an der Hälfte des Lebens oder auf der anderen Seite sind. Ich finde, das ist wirklich ein gravierender Unterschied. Und ich finde, das ist ein gravierender Unterschied, wenn ich mir angucke, was wir heute an Tendenzen beobachten können bei jungen Menschen. Und das ist dann wieder was, was wir mit im Blick haben sollten. Das ist gesellschaftlich dominierbar durch Stimmenmehrheiten. Und das ist schlimm, weil wir damit ja sozusagen Strukturen vorentwickeln für die kommenden Generationen, die für die vielleicht sehr schwer zu handhaben sein werden. Aber das finde ich erst mal einen Punkt, den wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen, wenn wir die beiden Phänomene sozusagen historisch vergleichen. Und was das sozusagen angeht mit einem Gang durch die Institutionen, das Charakteristische finde ich im Moment, dass die Absicht des Institutionen sprengt. Das findet man natürlich im historischen Faschismus auch sehr stark. Aber wir sehen sozusagen vielmehr so eine Tendenz zu sagen, wir zerstören die vorhandenen Institutionen, wir untergraben das Vertrauen in diese Institutionen, statt sie weiterzuentwickeln. Und das ist übrigens was, wo ich sagen muss, das ist nicht nur was, was wir auf die politische Rechte beschränken müssen. Das ist im Prinzip das, was hinter Macrons Wahlerfolg in Frankreich steht. Es ist im Prinzip auch das, was sich Sarah Wagenknecht wünscht, wenn sie an die Seite einer politischen Partei mit Gremien, mit Vorstandsbeschlüssen, mit Mehrheitsbeschlüssen, mit Parteitagen eine undefinierbare Bewegung stellen will. Also im Prinzip das, was sozusagen im Moment auch in einem Teil des intellektuellen Förderungs als Populismus von links besungen wird. Aber auch der Weg Macrons zur Macht ist sozusagen ein Weg jenseits der Institutionen, des Institutionens Sprengens. Und ich würde auch, ich würde immer noch so ein bisschen bitten, diese ganzen in den Medien immer stark gehypten Banner, die die AfD beispielsweise entrollt, immer noch mal zu gucken, was steckt wirklich dahinter. Ist das wirklich eine flatternde Fahne oder hängt das schlaff im Wind? Und das schafft natürlich Möglichkeiten, so eine Erasmus-Stiftung. Aber bisher ist das, was davon ausgeht, relativ gering. Und wenn wir sagen, eine Kulturrevolution von rechts, müssen wir auch noch mal gucken, wie viel Kultur steckt dahinter? Wie viele Kulturschaffende sind im Augenblick wirklich bereit, sich zu Sprachrohr in dieser Bewegung zu machen? Wir haben natürlich eine Reihe von Autorinnen und Autoren, die das getan haben. Aber in vielen wesentlichen anderen Bereichen der Kultur- und Geisteswelt haben wir eher dominierend andere Tendenzen. Das muss man auch im Blick halten. Also ich würde immer bitten, sozusagen zu gucken, wo sind Gefahren, die ich deutlich sehe, aber auch wo sind Potenziale, wo sind Potenziale doch nicht zu sagen, wir stecken jetzt den Kopf in den Sand. Aber heißt das, um dann noch mal nachzufragen, dass du der Einschätzung folgen würdest, dass das Sitzen im Parlament und das sozusagen Anti-Sein dann doch irgendwie eine zähmende Wirkung haben wird oder eine disziplinierende? Oder sozusagen die Radikalisierung der AfD? Und wir kommen danach noch vielleicht auf die Frage, inwieweit AfD ja auch nur eine Scharnierstelle ist, noch mal für ein weiteres politisches Spektrum. Aber Kulturrevolution ist eine Frage, aber die, ja, also Thinktanks aufzubauen, Nachwuchs zu fördern, das ist ja, also da ist ja sozusagen, also ja, sie sind dagegen, sie sind gegen Institutionen, die sie vorfinden, aber gleichzeitig gründen sie eine parteinahe Stiftung. Also das, was sie ablehnen, kopieren sie ja auch. Also die Frage sozusagen, das ist ja nicht nur so eindimensional, sondern da werden ja auch Strategien tatsächlich, kopiert zum Teil ja sogar Strategien eigentlich der linken Bewegung. Also wir haben eine Reihe von auch neu entstandenen Akteuren, die ich sehr gravierend einschätzen würde. Ja, also dass die wirklich eine große Bedeutung für diese Bewegung haben und ihr Möglichkeiten verschaffen. So, dass die Einschätzung der Erasmus-Stiftung von dem, was sie bisher geleistet hat, das muss ich sagen, könnte man klüger machen, könnte man mehr rausholen, so aus der Sicht der AfD gesprochen. In anderen Fällen, dann muss ich aber sagen, da haben wir wirklich Neugründungen, die sind nämlich schon sehr ernst, weil die sehr methodisch und sehr geschickt arbeiten und sehr klug arbeiten. Ich sehe keine disziplinierende Wirkung. Ein zentraler Punkt der Radikalisierung der AfD hängt ja ganz stark mit ihrem Einzug in den Bundestag zusammen. Also ich würde sagen, wenn ich gefragt wurde, ist die AfD eine rechtsextreme Partei, habe ich immer differenziert geantwortet, bis zu dem Moment, wo klar wurde, wie nutzt sie ihr Mandat im Bundestag, nämlich sie nutzt es tatsächlich antiparlamentarisch und zwar fast durchweg. Und dann kam eben sozusagen der Moment, wo klar wurde, dass eine parlamentarische Oppositionsstrategie, die noch darauf aus ist und darauf abzielt, irgendwo sozusagen als Opposition korrektiv zu sein und vielleicht irgendwann mal in Regierungskoalition einzutreten, wie sie der Berliner Parteivorsitzende, Parteichef Pasterski zumindest in der Öffentlichkeit vertritt und ja auch in der Arbeit im Abgeordnetenhaus in dieser Partei nicht mal mehr eine Mehrheit kriegt, um eine Funktion im Bundesvorstand zu kriegen. Und ich fand das einen sehr deutlichen Marker und seitdem im Zusammenhang mit einer Reihe von anderen Entwicklungen in der Partei nenne ich diese Partei eine rechtsextrem dominierte Partei, also bundesweit, weil eben sozusagen die Positionen, die das nicht vertreten, gar keine Möglichkeit mehr haben, Mehrheiten zu generieren. Das könnte sein, dass man da jetzt mit Blick auf die Angst vor der Verfassungsschutzbeobachtung dem wieder mehr Raum gibt. Also ich höre den Namen Pasterski jetzt auch bundesweit öfter. Aber sozusagen diese, also was passiert im Parlament? Einmal ist es eine ganz große Beschädigung, das haben wir schon in den Landesparlamenten erlebt. Es ist eine ganz große Schädigung für parlamentarische Demokratie, weil wertvolle Oppositionsstimmen für bla bla, für aggressives Rumgebrülle, aber nicht sozusagen für eine kontrollierende und auf Politik vorantreibende Oppositionsarbeit gebunden sind. Also eine Partei, die in der Haushaltsdebatte schmollend aus dem Raum läuft. Das ist sozusagen für die gesamte Opposition Verlust, weil es wichtig ist, dass die Opposition diesen Haushalt kritisiert. Das ist ein entscheidendes Element der Opposition an parlamentarischen Demokratie. Auf der anderen Seite sehen wir sozusagen, dass es für die AfD und die mit ihr verbundenen Kräfte ein ganz entscheidender Punkt ist, Publizität zu kriegen. Also deswegen, die Präsenz dieser Partei in allen deutschen Parlamenten ist überhaupt nicht zu vernachlässigen und ist ein großer Vorteil sozusagen aus deren Sicht. Es ist aber kein Gang durch die Institution, weil die Institution des Parlaments, wenn ich den einen Satz noch kurz sagen darf, die Institution des Parlaments ja hier absichtsvoll beschädigt, wenn ich zerstört werden soll. Das ist ja programmatisch, finden Sie das im Grundsatzprogramm im Prinzip relativ klar gesagt. Das ist eine antiparlamentarische Partei, die ihre parlamentarische Repräsentation entsprechend nutzt. Und das ist eine große Gefahr. Aber es ist eben nicht der Gang durch die Institution. Ein Aspekt, auf den du jetzt schon hingewiesen hast, ist, dass die AfD und überhaupt die politische Rechte natürlich sehr darum bemüht ist, in den Debatten sehr präsent zu sein. Das tut sie ein, zum Teil durch sozusagen Besetzung, Popularisierung von bestimmten Begriffen, Konzepten. Und in der Diskussion darüber, was ein geeigneter Umgang sein könnte, heißt es oft von anderen politischen Akteuren, wir müssten uns jetzt solche Begriffe wieder zurückerobern. Naika, an dich die Frage, ist das eine erfolgsversprechende Strategie oder inwiefern ist sie erfolgsversprechend, wenn es jetzt heißt, wir müssen zum Beispiel Begriffe wie Heimat zurückerobern und sie nicht den Rechten überlassen? Ich würde gerne einmal noch mal kurz zu der Vergleichbarkeit kommen, weil ich glaube, dass wir einen Fehler machen, wenn wir wirklich diesen Ankerpunkt immer bei 33 setzen. Faschismus ist ein Konzept gewesen, das auch weit über Deutschland um sich gegriffen hat und deswegen Europa sehr lange unter Spannung gesetzt hat, Italien, Ungarn. Das Prinzip Faschismus ist auch welches, dass man islamistischen Staaten genauso analog zuordnen kann, ohne dass der Bezugspunkt zu 33 da wäre. Es ist einfach ein radikales Konzept von Ablösung etablierter Wertemuster. Die Vorstellung, durch Kontrollmechanismen und die Vorstellung durch ein sehr potentes Auftreten, Gesellschaften über ein Konzept von Angst und Bedrohung neu zu formieren, das ist eben auch in der Tat etwas, was man im Islamismus deutlich wiederfinden kann, was man auch mit Faschismus vergleichen kann. Insofern ist das auch, was Fritz Stern beschreibt, er beschreibt es zwar mit Bezug auf Deutschland, aber er setzt eben auch schon 100 Jahre vorher an. Und er setzt das in eine Zeit, in der er genau die Vorstellung davon, dass die ganze Wissenschaft ganz viele neue Erkenntnisse hatte, zusammengeprallt ist mit diesem Gefühl, der Menschen an alten Ordnungen festhalten zu wollen. Und dann mit diesem Angebot etwas radikal zu verändern, aber gleichzeitig die vor dieser Neuregulierung und Neuorientierung von Gesellschaften liegende Phase wiederherzustellen. Also irgendwas Restauratives haben sowohl die neuen Modelle, als auch die islamistischen, die ich beschreibe, die haben auch sehr restaurative Gedanken. Aber wenn wir uns das im Moment ansehen, dann können wir Italien auch als ein erschreckendes Modell wiedernehmen, wo innerhalb von kürzester Zeit ein Zusammengehen radikaler Kräfte zu einer kompletten Infragestellung dessen geführt hat, was lange als europäische Norm galt. Da werden Fragen, und dazu gehört auch Trumps Amerika, diese Vorstellung der kulturellen Hegemonie, die die Linken oder die moralische Majorität angeblich geprägt haben über die letzten Jahrzehnte, das wird ja radikal angegriffen. Und die Vorstellung, alles, was die Linken oder der, man muss ja nicht mal sagen, man kann sogar sagen, die Mitte der Gesellschaft als Gedanken, als emanzipativen Gedanken in den letzten Jahren entwickelt hat, wie zum Beispiel den Umgang zwischen Mann und Frau oder die Einbindung von marginalisierten Gruppen oder der Respekt vor Minderheiten, alles das ist ja im Moment etwas, was kulturell, und in dem Fall denke ich doch, dass es eine Frage von kultureller Hegemonie ist, kulturell unter Beschuss ist. Und wir können von Italien eine direkte Linie ziehen nach Brasilien. Das macht auch, dass der Faschismus eben ein weltweites operierendes System war und eben nicht nur ein deutsches. Das ist wirklich etwas, was wir begreifen müssen, wenn wir Strategien dagegen entwickeln wollen. Und wenn wir uns Brasilien ansehen und erkennen, da kommt jemand mit einem Angebot, und dieses Angebot ist dezidiert der Bruch mit etablierten Normen. Es wird jemand gewählt, von dem man weiß, der ist darüber berühmt geworden mit seiner Attacke gegenüber seiner Partei, gegenüber einer politischen Kollegin im Parlament, wo er zu ihr gesagt hat, du bist es noch nicht mal wert, dass man sich vergewaltigt oder dass er jetzt hochkommt und das Angebot macht, dass er geschützte Gebiete indigener Bevölkerung wieder für Baukonzerne öffnen möchte, dass er alle Fragen von Klima negiert, dass er offen rassistisch das, was Brasilien über die letzten Jahrzehnte erreicht hat, nämlich sich als hybride Gesellschaft bezeichnen zu wollen, die eben aus unterschiedlichen indigenen Gruppen und Menschen unterschiedlicher Hautfarbe besteht. Alles das wird infrage gestellt und mit einem Konzept aufgeladen. Und dieses Konzept ist ein Konzept, was ganz stark eine vermeintlich klare Männlichkeitsnorm nach vorne schiebt. Und alles andere darunter als, wenn man so will, Verweichlichung der Gesellschaft enttarnt. Und das Angebot macht auch Matteo Salvini in Italien mit genau dem Normensprengung, die er anbietet und sagt, Italien beugt sich nicht den EU-Normen. Italien ist jetzt ein für sich komplett neu aufgestellter Staat, der sowohl die Fragen von internationaler Humanität ignoriert, als auch Fragen von wirtschaftlicher Verbundenheit, Kooperation etc. Wir können es auch weiterführen in den Brexit. Also wir müssen nicht vor Augen 1933 haben als Endpunkt, sondern wir müssen wahrscheinlich vorher anlegen, um Analogien in irgendeiner Form nachgehen zu können. Und ich befürchte fast, dass wir uns nicht lange werden damit wegretten können, dass das ein Konzept ist, das nur für ältere Menschen attraktiv ist. Wie gesagt, Matteo Salvini gehört zu den Jungen und auch Sebastian Kurz zusammengehen mit der FPÖ. Das ist auch ein ganz junger Kerl. Also das Konzept ist auch attraktiv für dieses Konzept des Rechten ist plötzlich eines geworden, das sich als Avantgarde inszenieren kann. Es gibt T-Shirts, da steht drauf, ich war schon rechts, bevor es cool wurde. Also rechts ist Coolness, wohingegen links alle unsere Begriffe, wir wissen noch nicht mal mehr, welche Worte wir verwenden können, weil die klingen plötzlich so anachronistisch. Worte, mit denen wir uns angefreundet hatten, wie Emanzipation, Feminismus, Vielfalt. Alle diese Worte sind so uncool. Und stattdessen werden so Sachen, und danach hast du ja gefragt, wieder Volk, Heimat. Wie heißt dieser Sänger, der hier reihenweise Hallen füllt und sich Volksrock'n'Roller nennt? Also alle diese, Andreas Caballier, also alle dieses in Leder. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist. H&M hat vor kurzem Dirndl verkauft. Also es ist jetzt plötzlich so ein ganzer Retro-Chick. Dieser Retro-Chick macht eben nicht halt vor Mode und Essen. Und dass man jetzt weiß, wie die eigene Kartoffel heißt, weil sie der Bauer von nebenan aus Brandenburg gerade angebaut hat oder sonst irgendwas. Sondern dass dieses Ganze fing eigentlich an, ich meine, ich wohne in Mitte, irgendwann habe ich mich darüber gewundert, dass alle Kinder jetzt Heinrich und Eleonore, dass die alle auf diesen Spielplätzen herumlaufen. Und dass natürlich man denkt, das ist einfach nur ein Modetrend. Aber in diesem Modetrend ist auch eine Sehnsucht nach dieser Vergangenheit. Und die verwebt sich nicht nur über Namen, über Speisen, über Umgangsformen, sondern die verwebt sich irgendwann mit dem Begriff Heimat, danach mit dem Begriff Volk, danach mit der Idee, wie es noch so schön war, als man sich als Mann und Frau gesiezt hat, etc. Und also Götz Kubitschek und seine Frau siezen sich auch, der Vordenker der neuen Rechten. Also es geht ganz viel von Kultur in die Politik über. Und man darf nicht nur die strategischen, darüber können wir gerne auch noch mal sprechen, dass es ein ganz strategisches, gewinnorientiertes Momentum beim Aufbau der rechten Parteien gibt. Aber das verwebt sich eben auch mit diesem kulturellen Etablierten einer Sehnsucht nach Vergangenheit. Und die ist überall greifbar. Jetzt hast du die Frage, ob man sich diese Begriffe dann noch zurückaubern könnte. Aber vielleicht kannst du die in einem Satz machen. Ja, also ich finde, nein. Ich weiß, dass das vor allen Dingen bei den Grünen ein großes Thema ist, ob man jetzt Begriffe wie Heimat, was ist danach? Nation, Volk, Führer, was kommt noch, was man sich zurückerkämpfen möchte? Ich glaube, es gibt schon Gründe, warum bestimmte Begriffe irgendwann als verstaubt abgelegt wurden. Ich finde den Heimatbegriff für jeden privat einen durchaus denkbaren und nutzbaren Begriff. Jeder benutzt ihn wahrscheinlich anders. Aber ich glaube, wenn er zum politischen Konzept wird, dann ist allein das, was dazu führen müsste, ein politisches Konzept, kann nicht immer nur amorph sein. Es muss irgendwann definiert werden. Und Heimat ist nun mal genauso wie Liebe. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten ein Liebesministerium. Das wäre auch skurril, wenn man dann definieren würde, was das ist. Und so ist Heimat einfach ein höchst privater, mit sehr unterschiedlichen Sehnsüchten befüllter Begriff. Und daraus ein politisches Konzept zu machen, löst eben eigentlich die Intention dieses Begriffes auf. Darf ich gleich was dazu sagen? Sie können gleich was dazu sagen. Und dann habe ich noch eine andere Frage an Sie. Ich habe mir jetzt gerade das Liebesministerium mit Herrn Seehofer an der Spitze vorgestellt. Ich bedanke mich sehr für Ihre Ausführungen, denen ich in allem zustimme. Ich glaube, es ist so, das Erschreckende ist ja, oder das ist eigentlich gar nicht so erschreckend, die Rechten sind ja nicht wahnsinnig kreativ. Die orientieren sich ja meistens an den Linken. Das sieht man ja jetzt, dass vieles kopiert wird. Das war auch in den Zwanzigern so. Die Nazis waren nicht wahnsinnig einfallsreich. Die haben gern auf die Kommunisten geschaut, wenn es darum geht, ihre eigene Radikalität zu definieren und dann aber eben lauter zu schreien. Und das, finde ich, ist natürlich das, was jetzt im Moment passiert, dass der allgemeine gesellschaftliche Diskurs, egal ob hier oder in Österreich oder in Italien oder in Brasilien oder in den USA von den Rechten definiert wird. Und dass wir uns alle daran orientieren, was die denn sagen. Und dass wir eigentlich alle nur mehr in dieser schrecklichen Situation sind, zu reagieren und eben dann empört zu sein und nicht zu wissen, wie wir damit umgehen sollen. Weil wenn man dann die Wahlplakate der SPD liest, wo dann eben draufsteht, ja, Diversität und Emanzipation, man denkt sich, oh Gott, haben Sie es immer noch nicht verstanden? Das zieht nicht. Und man selber sich schon in der Rolle fühlt, dass man sich denkt, nee, das ist es halt nicht. Wir müssen es jetzt anders nennen oder wir müssen anders damit umgehen. Gleichzeitig stelle ich mir dann die Frage, also wir können natürlich, am Volksbegriff haben wir alle kein Interesse. Der Volksbegriff geht ja nur, der wird ja nur benutzt, um eine Ausschlussgesellschaft zu definieren, die Volksgemeinschaft. Und da gibt es ja dann Parallelen, die man dann eins zu eins mit den 20er Jahren vergleichen kann. Also wenn einem deutschen Politiker, der aus dem Schwabenland kommt, gesagt wird, er soll zurück nach Anatolien gehen. Es gibt genau die gleichen Bemerkungen aus dem Berliner Reichstag in den 20er Jahren, wo einem Berliner Politiker gesagt wird, er soll bitteschön zurück nach Polen gehen, weil er einen jüdisch klingenden Namen hat. Aber ich wäre zum Beispiel beim Heimatbegriff nicht Ihrer Meinung, weil der Heimatbegriff so vielfältig ist. Es war, glaube ich, jetzt dieses Wochenende in der Zeit, hat Wim Wenders bemerkt, Heimat sollte doch ein Menschenrecht sein. Das kann man natürlich nicht so einfach definieren. Aber ich musste an Ruth Klüger denken, die irgendwann gesagt hat, ich lasse mir mein Deutsch nicht von den Nazis nehmen. Und ich denke bei Heimat eben dann auch an Jean-Marie und an all diese Leute, also gerade die Emigranten in den 1930er Jahren, die sehr viel, Hannah Arendt zum Beispiel, die sich sehr viele Gedanken über diese Frage eben auch von Heimat, von Dazugehören, von Identität gestellt haben. Und wo wir einfach überlegen müssen, welche Diskurse können wir aufmachen, die eben nicht reagieren, sondern die neu definieren. Und wenn wir ein, also ich lebe jetzt in München, in einer Stadt mit 40 Prozent Migrationsanteil, wenn wir über deutsche Identität sprechen, wir müssen einfach über was anderes sprechen. Und es geht jetzt nicht darum, diese Migrationsdebatte aufzumachen, die ja alle schon nicht mehr hören können, sondern einfach nochmal zu definieren, was ist Deutsch. Und das sieht man ja auch, also jetzt gerade in der Veränderung, die in Europa passiert, dass die viel gelobte, aber natürlich auch problematische deutsche Erinnerungskultur doch auch viel ausgemacht hat. Weil in all den Ländern, in denen eben nicht über Kollaboration gesprochen wurde, wie zum Beispiel in Polen oder in Ungarn oder in Österreich, ist das Thema schon sehr viel länger am Tisch. Das erste Ausländer-Volksbegehren, also Ausländer-Raus-Volksbegehren in Österreich war 1991. Das muss man sich mal vorstellen, das ist fast 30 Jahre her. Das Gleiche in den USA. Gibt es in den USA irgendwelche nationalen Mythen, die sich an andere Gruppen als die weißen Einwanderer erinnern, an Afroamerikaner, an Latinos, an Native Americans? Das größte Fest ist Thanksgiving und was feiert man? An Genozid. Und das spielt tatsächlich eben keine Rolle oder zu wenig eine Rolle. Und das ist in vielen europäischen Ländern der Fall. Jetzt könnte man sagen, warum ist jetzt in Deutschland passiert, was in Deutschland gerade passiert, obwohl wir diese Erinnerungskultur haben. Die hat natürlich auch viele Schwächen, viele Fehler. Aber ich denke, sie hat auch viel gebracht. Und bei aller Dramatik der Veränderungen und die AfD ist ja, also ich komme aus Österreich und erlebe jetzt eben die FPÖ seit 30 Jahren, die AfD geht sehr viel aggressiver vor, weil sie jetzt natürlich später kommt. Es passiert alles sehr viel schneller. Sie greift aggressiv in die Kulturpolitik ein. Es ist doch immer noch etwas anderes als zum Beispiel in Österreich. Und es gibt sehr, sehr viele Initiativen an vielen Orten in Deutschland, wo sich Leute eben genau dagegen wenden. Also ich glaube, Sie hatten das ja auch gesagt. Also die vielen Millionen Deutschen, die sich für Flüchtlinge einsetzen, die stehen, über die wird nicht gesprochen. Die sind nicht Teil dieses Diskurses, aber sie sind Teil einer Realität. Über den Umgang würde ich gerne, Gideon, dich noch mal etwas fragen wollen, weil Sie hatten das gerade angesprochen, Frau Zardoff, dass man sich sehr viel orientiert daran, was sagen die Rechten oder jetzt ganz konkret, was sagt die AfD, was gibt sie im Diskurs vor und dann reaktiv darauf eingeht. Eine grundsätzliche Frage, also der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats und Sprecher der Initiative kulturelle Integration, Olaf Zimmermann, hat sich vor kurzem eine Einladung der AfD-Bundestagsfraktion gefolgt zu einem Streitgespräch über das Thema kulturelle Integration und Zusammenhalt. Und er hat das so begründet, dass er sagte, diejenigen, die im Kulturbereich, also er hat das halt aus seiner Warte beschrieben, die im Kulturbereich Verantwortung tragen, müssen jetzt diese Herausforderung annehmen und sich gesprächsbereit zeigen. Und deswegen meine Frage, Gideon, die oft aufgeworfen wird, soll, kann, muss man mit Rechten reden? Und wenn ja, wie? Also wie kann sozusagen verhindert werden, dass man nur reaktiv über Stöckchen springt, die einem vorgehalten werden? Und gleichzeitig kann man ja nicht, also Kopf in den Sand stecken, ist jetzt auch keine Strategie. Also wie siehst du das mit dieser Frage der direkten Konfrontation? Gibt es da bestimmte Dinge, die man beachten sollte, wenn man sich vor allem auch ins öffentliche Gespräch begibt? Ich bin sicher, dass es nicht zu verhindern ist, in jedem Fall. Schon deswegen, weil es da bestimmte institutionelle Grenzen gibt in der Zwischenzeit, die man nicht einfach hintergehen kann, vor allem, wenn man von bestimmter Förderung abhängt und so weiter. Also man kann nicht einfach sagen, wir haben immer sozusagen die Wahl, mit wem wir reden. Aber ich finde schon, dass man die Spielregeln des Redens an bestimmte Grenzen setzen kann, und zwar an allgemein verbindliche Grenzen, die sich ableiten aus unserer Verfassung und die sich ableiten aus den Menschenrechten. Und das hängt viel damit zusammen, ob und bis zu welchem Maße man ein diskriminierendes Sprechen bereit ist zu akzeptieren. Wir hatten hier in Berlin eine Situation, in der ein Gymnasium auf Wunsch der Schüler im Wahlkampf alle Kandidaten eingeladen hat, darunter auch einen besonders unangenehmen gegen eine spezifische Minderheit, gegen Muslime, Hetzenden, ich glaube, anders kann man es nicht sagen, Abgeordneten und Kandidaten. Und es war tatsächlich der Wunsch der Schüler. Die Schulleitung hat beschlossen, kein Podium zu machen, sondern die einzelnen Kandidaten in einzelnen Räumen sozusagen die Möglichkeit zum Gespräch zu schaffen für die Schüler. Und es war dann tatsächlich so, dass ein Mitglied der Schulleitung anwesend war und an einem bestimmten Punkt dann einfach gesagt hat, also passen wir mal auf, Herr Fest, das sagen Sie hier nicht, sonst mache ich von meinem Hausrecht Gebrauch. Und ich glaube, die Botschaft, die davon ausgeht, dass man Grenzen setzen kann und dass man nicht über alles in jeder Form reden muss. Die Botschaft, die davon ausgeht, ist besonders wichtig, dass man sagt, es gibt ein bestimmtes Mindeststandard, einen bestimmten Mindeststandard, hinter den ich nicht zurückfalle und den ich da nicht zulasse und wo dann auch eine Grenze besteht, wo man dann auch sagen kann, Schluss. Und das dann auch durchsetzen kann. Und ich finde, dann hat man eine ganz gute, vor allem, wenn man es vorher klar gemacht hat, wo diese Grenzen stehen, also wo diese Grenzen sitzen. Der RBB hat uns versprochen, als wir die Debatte hatten, was heißt da der Öffentlichkeit versprochen, nicht uns, aber hat der Öffentlichkeit versprochen, als wir die Debatte um diesen, nach unserer Erkenntnis, eindeutig rechtsextremen Verein Zukunft Heimat, der in Cottbus über anderthalb Jahre Demonstrationen durchgeführt hat, sozusagen eine Debatte zu führen in einem öffentlichen Format nach bestimmten Spielregeln. Und dann passiert es eben, dass der Raum dominiert ist von den Anhängern dieses Vereins, dass die verschiedenen Gesprächspartner auf dem Podium sitzen, die brandenburgische Wissenschaftsministerin, Cottbusser Politikerin, Münch, vorgestellt wird und sofort ausgebot wird. Und in dem Moment hätte der RBB sagen müssen, mindestens einen Warnschuss geben müssen oder sagen müssen, gut, wir haben hier noch einen tollen alten Spielfirmenprogramm, wir brechen diese Veranstaltung jetzt hier ab. Und das ist es, was mir fehlt. Was mir fehlt, ist, dass wir diese Grenzen setzen müssen. Was mir fehlt, ist, dass wir mit einer unglaublichen Naivität immer wieder die Resonanzräume schaffen. Die Resonanzräume schaffen für diese Argumentationsweisen, statt sie sozusagen diese Resonanzräume einzugrenzen, zu konfrontieren und zu hinterfragen. Das ist eigentlich das Fatale. Und das ist sehr stark, finde ich, ein Problem des Journalismus. Das ist Journalismus, der sicherlich auch eigene Interessen daran hat. Fläche zu bieten, Raum zu bieten. Der Tiefpunkt von dem, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, war dieses sogenannte Kanzlerduell im September, wo ich wirklich erschüttert war, dass also eine Dreiviertelstunde vier Moderatoren, zwei davon öffentlich-rechtlich, ohne erkennbar Migrationshintergrund, eine Dreiviertelstunde lang Migration als Bedrohung, Problem und sozusagen Volkes Stimme zum Ausdruck meinen zu bringen. Dass man da mal drei Fragen stellt, die auf der Linie der AfD sind, mag ja dem öffentlich-rechtlichen Auftrag folgen. Aber dass man dann nicht mal eine Stimme hört, die der großen Menschenrechtsbewegung, die wir haben, auf die du sehr dankbarerweise hingewiesen hast und sie auch gerade, Frau Zordorf, die hier eine unglaublich aktive Menschenrechtsbewegung ist, wo Menschen ihren Urlaub opfern, ihre Freizeit opfern, einen guten Teil ihrer Lebenszeit opfern, um in Flüchtlingsheimen zu helfen, nicht nur in Deutschland, um mehr Menschen aus dem Wasser zu ziehen und so weiter. Das wird nicht berichtet. Wenn Peggy da demonstriert, dann regt das die ganze Republik auf. Aber wenn wir wochenlang Seebrücke-Demonstrationen haben, dann ist das bestenfalls eine kleine Meldung. Da liegt ein Problem. Ein Problem liegt in der Berichterstattung, in der Fläche. Ein Problem liegt darin, wie wir die Kräfteverhältnisse selbst wahrnehmen und darstellen und sozusagen im Selbstbewusstsein. Da liegt unsere, jetzt als Demokrat gesprochen, unsere Verletzlichkeit. Ich möchte nur eine Bemerkung noch machen zum Volksbegriff. Wir werden uns damit auseinandersetzen müssen und nicht darum umhinkommen, auch wenn wir diesen Begriff semantisch hinterfragen, dass dieser Begriff einen hohen Stellenwert in unserer Verfassung hat. Und deswegen können wir nicht einfach uns den Luxus erlauben, hier spreche ich als Politikwissenschaftler, zu sagen, wir wollen den nicht mehr. Das wird nicht funktionieren. Der deutsch-jüdische Emigrant und Politikwissenschaftler Ernst Frenkel hat in der Konfrontation mit derselben Problematik gesagt, wir brauchen eine Politologie des Volksbegriffs und hat festgehalten, dass man Volk nicht so definieren muss. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, warum macht er das? Aber der Hintergrund davon ist mir dann doch, er ist halt Jurist, der Hintergrund ist mir dann doch sehr deutlich geworden, weil wir das nicht können, weil wir nicht darauf verzichten können, weil das eben ein Teil der Verfassungsordnung ist und dann müssen wir analysieren, was Volk denn heißen kann. Und dann kommen wir eben zu einem pluralistischen Volksbegriff und da wir seit einem halben Jahrhundert durch Einwanderung geprägt sind, auch zu einem Volksbegriff, der eben nicht mehr ethisch, ethnisch, nationalistisch oder völkisch, ethnisch, rassistisch, wie auch immer definiert werden kann. Aber dass wir ihn einfach aufgeben können, wird nicht funktionieren. Dazu hat er eben Verfassung dran. Frau Zadow, Sie hatten gerade noch eine Bemerkung und ich sage schon mal an, dass wir gleich das Gespräch noch öffnen und wir einige Fragen oder Kommentare, also Sie können gleich mitdiskutieren. Geben Sie mir vielleicht schon mal ein Handzeichen und Sie können jetzt auch noch mal kurz ergänzen. Ich wollte nur ganz kurz, noch ergänzen, zu der Rolle der Medien, das ist natürlich auch in den USA ein großes Problem. Das hat sich auch in den letzten zwei Jahren so gezeigt, dass einerseits die Subscriptions für Printmedien oder für alle großen Qualitätszeitungen gingen extrem hoch. Das heißt, Sie wissen auch ganz genau, je mehr Sie über Trump berichten, desto mehr wird gelesen. und das ist auch in den letzten Jahren mitgegangen, mit Gefangener auch zum Mittäter dieser Geschichte, weil man dann eben die anderen Dinge nicht berichtet und hier dann ganz einseitig mitspielt, anstatt was anderes anzubieten. Vielen Dank noch mal für diesen Blick auch noch mal in die USA. Herr Ruhrmann hatte sich gemeldet. Entschuldigung, dass ich Sie so oute, aber ich erkenne ihn, weil wir schon zusammen eine Konferenz gemacht haben. Könnten wir ein Mikro haben, bitte, hier für für die Frage hier vorne? Es gibt ein Mikrofon, oder? Wer hat das Mikrofon? So. Ja, wir müssen eins runtergeben. Danke. Genau, ich glaube, ich muss meins behalten. Aber genau, super, danke. Das hätte ich noch und dann wird wieder ein Bild geschnitten. Ja. Ja, also schönen Dank. Mein Name ist Georg Ruhrmann von der Friedrich-Schilder-Universität in Jena. Ich bin hier heute auch hergekommen, um auch mich auch hier weiter zu informieren. Ich bin in Jena mit sehr vielen Kollegen zusammen, die über Rechtsextremismus sowohl historisch als auch sozialpsychologisch als auch soziologisch forschen und auch sehr intensiv. Ich selber auch ein bisschen als Kommunikationsforscher und was mir an der bisherigen Diskussion aufgefallen ist, dass so bestimmte Bereiche aus dem, was man auch Faschismus nennt oder wie Faschismus zustande gekommen ist, ist nicht mein Forschungsgebiet, aber in Jena sehr prominent vertreten überhaupt nicht vorkommen. Nämlich, das ist im Grunde genommen dieses, was also im Grunde genommen bestimmte Gruppen, bestimmte Schichten, die man früher als Arbeiterschicht oder Arbeiterklasse definiert hat, was die eigentlich machen, also Stichwort Arbeiterbewegung von rechts und das sind ja strukturelle Dinge, also die, dass die Saße der SPD, das Stehlen der sozialen Frage durch die AfD und solche Prozesse, die kommen hier eigentlich überhaupt nicht vor. Was mir auch aufgefallen ist, ist sozusagen die Mehrdimensionalität. Es gehört ja nicht nur also kulturelle Phänomene, Fremdfeindlichkeit, Rassismus, sondern zum Beispiel dieses ganze Bereich, was auch in den neuen Bundesländern wirklich eine enorme Rolle spielt, der Autoritarismus, darüber gibt es ja sehr viele Studien und also das hätte zur Sprache kommen müssen und vielleicht noch die Dynamik, das ist das, was mich am meisten interessiert, wie kommt es wirklich zu dieser Bewegung und da ist eben meine Sorge aus der Kenntnis, wie Verfassungsschützer bisher gearbeitet haben, dass sie zwar wunderbar alles klassifizieren, also wie Linnae im 17. Jahrhundert die Blätter, aber das Wissen fehlt und das kann man irgendwie auch sehen an den Verlautbarungen, es sei denn, ich sehe was überhaupt nicht, wie diese Dynamik zustande kommt in den Medien, in den Netzen, in den bestimmten Gruppen, weil sowohl über diese gruppalen Prozesse relativ wenig bekannt ist, auch wie sie sich medial äußern und da haben wir großes Unwissen und das macht mir Sorge. Dankeschön. Ich würde jetzt sammeln, genau, dass wir eine Runde machen und dann gebe ich für eine Abschlussrunde ans Podium zurück. Bitte, können wir das Mikro von Herrn, danke sehr, behelfen Sie sich kurz. Ja, danke. Ja, ich verstehe ja das Bedürfnis, irgendwie so Medienshälte zu betreiben sehr gut und ich, also ich musste auch dem Podium zustimmen, dass es natürlich die Frage ist, warum oder über was wird wie berichtet und in welcher Quantität, aber gerade, wenn wir über den Vergleich mit der Weimarer Zeit sprechen, dann frage ich mich natürlich eigentlich oder andersrum, die Medien und auch leider die öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland funktionieren, eben auch sehr stark von einem Quotendruck geprägt. Das ist sehr bedauerlich, aber das ist so. Und wenn wir diese ganzen Vergleiche mit der Weimarer Zeit angucken, die ja gar nicht nur die Nachrichten und die Printmedien, sondern durchaus auch den ganzen fiktionalen Bereich ganz stark betreffen, dann frage ich mich ja schon, warum gibt es so eine Faszination jetzt gerade an der Weimarer Zeit, die ja auch mit so einem lustvollen Untergangsszenario verbunden ist und mit so einem dystopischen Moment, wir stehen kurz vorm Ende der Demokratie und die Frage, die da glaube ich mitschwingt ist, warum verkauft sich diese Narration auch so wahnsinnig gut im Moment? Warum berichten wir so viel darüber? Und warum möchten Leute das auch hören? Also das ist so ein bisschen das, was ich mich frage, wenn man dann den Medienbegriff mal weitet und also ohne jetzt die ganzen Journalisten aus ihrer Verantwortung zu entlassen, darum geht es mir nicht. Danke. Und vielleicht noch eine dritte, sozusagen. Ich habe jetzt hier vorne den Herrn noch und dann nehme ich Sie noch dran und dann gehen wir nach vorne. Sie sind der Herr und dann die Dame hier vorne und dann gehen wir zurück ans Podium. Ich wollte zu zwei Punkten Stellung beziehen zur Sprache. Ich erinnere mich daran, dass der Herr Gauland, ein sehr geschickter AfD-Politiker, dass der am Tag der Bundestagswahl gesagt hat, wir werden sie vor uns hertreiben. Ich bedauere das, dass das in den Medien und auch von der restlichen Politik nie aufgegriffen worden ist. Ich habe die Assoziationen gehabt, ohne dass ich hier dauernd auf die Geschichte verweise, das war Goebbels Sprache. Der zweite Punkt ist, ich habe neulich gehört, über dieses Programm der Familienzusammenführung, es betrifft, also es kann nur tausend Familien, die Flüchtlinge sind, da ist ein Familienteil irgendwo noch hängen geblieben und der Rest ist hier. Es können nur, wie gesagt, tausend Familien berücksichtigt werden und da gab es als Nebenbemerkung, die Ausformulierung dieser Verordnung ist der AfD geschuldet. Da sagte ein Journalist, die Formulierung dieser Verordnung ist aufgrund der Thesen oder der Behauptung, die die AfD aufstellt, ist das so formuliert worden ist, wie es formuliert wurde. Das war es. Okay, das ist jetzt sozusagen mehr eine Bemerkung und keine konkrete... Nein, ich wollte nur darauf hinweisen, als es hier um Sprache ging und auf den Punkt, dass man sich, ich glaube, das ist vorhin angesprochen worden, dass man sich doch treiben lässt durch Positionen, die die AfD vertritt. Das heißt, an der Stelle, die ich für skandalös halte, springt man über ein Stöckchen, was die AfD den übrigen Parlamentariern hingehalten wird. Alles klar. Dann noch die Dame und dann geben wir zurück ans Podium. Da kommt hier vor der Kamera, sitzt sie da. Danke sehr. Ich möchte was sagen zum Begriff Heimat. Ich habe in diesem Juli an einem einwöchigen Workshop teilgenommen, Singalong 2018 und wir waren in der Werkstatt der Kulturen, haben eine Woche lang tagesfüllend Dinge erarbeitet und die dann am Wochenende an öffentlichen Orten vorgeführt. Die Veranstalter der verschiedenen Workshops waren, so wie ich das gesehen habe, etwa zu 50 Prozent mit Migrationshintergrund und das Publikum ebenso. Es waren etwa 120 Menschen sehr verschiedenen Alters. Und wir haben das Thema Heimat gehabt. Das haben die Veranstalter gesetzt. Die setzen immer ganz dezidiert den Begriff, der gerade sehr en vogue ist und schwierig als Motto für ihren Workshop. Und das war eine sehr intensive Arbeit. Es gab streckenweise auch ordentlich Reibung, wobei ich Reibung gut finde, die erzeugt Wärme. Und es war aber ein so fruchtbares Miteinander, dass ich vor dem Begriff Heimat überhaupt keine Angst mehr habe. Und das finde ich wichtig, auch mal anzuschauen und nicht alles in so eine schlimme Ecke zu schieben. Denn Heimat ist da, wo Menschen miteinander sich öffnen füreinander und was tun miteinander. Und das wurde da zum Beispiel praktiziert. Das war mein positiver Beitrag zum Thema. Danke. Wir hatten ja eigentlich auch abgemacht mit positiven so irgendwie die Kurve noch zu kriegen. Aber ich möchte allen dreien die Gelegenheit geben, zumindest auf einen Teil der Fragen und Bemerkungen und allem, was sonst sozusagen sich noch aufgestaut hat. Es ist natürlich, also so eine Frage kann man in einer Stunde nicht erschöpfend behandeln. Insofern, Herr Rohmann, Sie haben recht, die Frage, inwieweit sozialpolitische sozusagen Instrumentalisierung solcher Thematiken und so weiter eine Rolle spielen, das haben wir noch nicht angesprochen. Aber es ist klar, es waren jetzt sozusagen nur Spotlights auf bestimmte Punkte. Vielleicht mögt ihr trotzdem zu dem einen oder anderen davon jetzt noch in einer Abschlussrunde Stellung nehmen. Ich würde gerne zu Herrn Rohrmann und dieser Erklärung, Sie haben das verbunden mit dem Narrativ Arbeiterbewegung von rechts und ich verknüpfe das jetzt mit der Frage, dass wir versuchen sollten, uns zu überlegen, wer sind eigentlich die Wähler, warum wählen die, was ist das Angebot, das da gemacht wird und das, was Sie sagen aus der Jena-Schule, ist ja nicht nur, was von dort kommt, sondern in Deutschland sehr breit diskutiert wird, besonders von der SPD, ist die große Frage, aber das kommt auch aus den USA, vor allen Dingen von Mark Lilla, diese Frage, ist es im Grunde genommen emanzipative linke Identitätspolitik, die die Frage der Klasse zu sehr außer Acht gelassen hat und dementsprechend ist jetzt eine Deplorables, wie Hillary Clinton sie genannt hat, gibt und darauf jetzt reagiert wird. Und diese ganze Debatte wird bis zur Selbstzerfleischung geführt und es geht so ungefähr, ich mache mal die Plattitüde daraus, Donald Trump hat gewonnen, weil die Demokraten sich zu sehr mit Gender-Toiletten auseinandergesetzt haben, statt mit dem Arbeiter im Rust Belt, das ist so ungefähr zusammengefasst der Vorwurf und dementsprechend gibt es im Moment sehr stark Debatten dazu, ob man emanzipative Identitätspolitik unsichtbar machen sollte und sich mehr auf die Frage von Klasse konzentriert. Was das Interessante allerdings daran ist, ist, dass wenn man es wirklich ernst meinen würde, damit, dass man sich um Fragen von Klasse kümmert, dass da letztlich die rechten Parteien bis jetzt noch kein glaubhaftes ökonomisches Angebot gemacht haben, sondern sehr stark weiterhin neoliberal ausgerichtet sind auf Eliten. Jeder Mensch weiß, dass Trump nicht wirklich als klassischer Arbeiter daherkommen kann. und das ist generell auch so und wenn man dann weitergeht und da haben die Kollegen aus Leipzig im Moment sehr spannende Analysen vorgelegt, die eben versucht haben zu beziffern, wer sind eigentlich die Menschen, die die AfD wählen und sie kommen dazu, dass die Mehrheit der AfD-Wähler über 3000 Euro im Jahr verdient, also damit über dem Durchschnitt im Monat verdient, damit über dem Durchschnitt der Gesamtgesellschaft liegt, vorrangig selbstständig, sehr hohe Akademikerrate und das ist auch das, was wir in der Partei analysieren können, das ist die Partei mit der höchsten Akademikerdichte überhaupt. Auch insofern ist das ganz interessant, dass sie es schafft, trotzdem diese Inszenierung der Partei des kleinen Mannes durchzuziehen und dass wir darauf so hereinfallen. Das ist interessant. Wie gesagt, die Kollegen aus Leipzig, da empfehle ich Ihnen, da ist eine Studie von Holger Lenkfeld, der daraufhin, weil wir die letzten zweieinhalb Jahre überlegt haben, was ist eigentlich sozialpolitisch falsch gelaufen? Kriegen wir den kleinen Mann mit einem Angebot an Sozialpolitik wirklich zurück? Oder es wurde gesagt, den AfD-Wähler. Was ist, wenn wir wirklich mehr Schulen bauen, wenn wir mehr Schwimmbäder wieder in diesen verlassenen Orten öffnen, wenn wir mehr Kulturpolitik hinbringen, etc. Und wenn wir eben infrastrukturell verbessern, ist es dann so, dass dann die Wut aufhört. Und die Analyse der Kollegen aus Leipzig ist, nein, das ist mitnichten so. Mit Sozialpolitik holt man keine AfD-Wähler zurück. Das ist der deprimierende Befund, den die haben, weil sie analysiert haben, dass in der Tat das Hauptmotiv, die AfD zu wählen, wirklich eines der Abwertung anderer Gruppen ist und ein Widerstand gegen das, was wir eben skizziert haben als eben emanzipative Fragen der Gesellschaft, wie Quotenfragen für Frauen, neue Begriffsfindungen im Bereich LGBT, Minderheitenansprachen, etc. Also alles das, was eigentlich eine moralische Emanzipation der Gesellschaft war, ist ganz stark contestet. Und hier bleibt eben die Frage, weil man natürlich weiß, dass wir haben in 19 europäischen Parlamenten rechte Parteien einsetzen. Das Angebot, wenn es wirklich um Klassenfragen ginge, ist immer noch glaubhafter bei den linken Parteien, aber es ist in der Tat nur in Griechenland, Portugal und Spanien, wo die Linken an Kraft gewonnen haben von Seiten der Arbeiterschichten. Umgekehrt, und das müssen wir uns alle leider schmerzhaft vor Augen führen, sind es die reichsten Länder der Welt, der Welt, in denen die rechten Parteien den höchsten Zugewinn haben. Und dabei ist das, ein neomarxistisches Argument war immer, wenn es ökonomisch den Menschen schlecht geht, wächst Rassismus. Aber wir haben die Schweiz, Deutschland, Österreich, Skandinavien, wir haben England und Frankreich, wir haben die Länder, Italien, das sind alles Länder, die in den USA, die Länder, die eben nicht umsonst in den G7, heißt es ja jetzt nur noch, Ländern vertreten sind als stärkste und mächtigste und reichste Länder der Welt, wo wir diesen Anstieg haben. Deswegen bin ich da in der Tat, um jetzt die positive Kurve noch mal zu kriegen. Ich bin dafür, dass wir uns vor Augen führen, dass die Klassenfrage in den letzten Jahrzehnten zu wenig eine Rolle gespielt hat. Ich bin dafür, dass wir aber grundsätzlich und nicht in diese Falle hineingehen, dass wir die Genderfrage und die Racefrage, weil es ist ja immer, dass man Race, Class und Gender als die drei zentralen Differenz- und Konfliktlinien sieht und dass man sagt, wegen Gender und Race hat man Class vernachlässigt. Aber wenn wir uns vor Augen führen, dass Genderfragen auch genuin mit Klassenfragen verwoben sind, noch immer ist es so, in Deutschland ist die Personengruppe, die am stärksten von Armut betroffen ist, sind die alleinerziehenden Frauen. Also insofern ist die Feminismusfrage, Genderfrage genuin auch eine Klassenfrage. Oder wenn Sie bei den Migranten die Rassismusfrage jetzt nehmen, wissen wir, dass innerhalb der Gruppen der Menschen mit Migrationshintergrund immer noch die größte Schicht der Arbeiter sich wiederfindet. Also ist die Migrationsfrage auch genuin eine Arbeiterfrage. Wenn es uns gelingt, diese drei Kategorien stärker wieder miteinander zu verzahnen, dann würde das unsere politischen Debatten neu aufrollen. Und eine Sache möchte ich noch als letztes mit reingeben, ohne polemisch zu sein, weil sie mich extrem stark beschäftigt und es ist doof, das jetzt am Ende reinzugeben, aber vielleicht ist das ein politischer Punkt, über den wir nachdenken können. Wenn wir fragen, wer wählt am meisten die AfD, dann sind es nicht Arbeiter, dann sind es Männer. Und die ganze Frage würde einen anderen Turn kriegen, wenn wir uns die Frage stellen, ob wir ein massives Männerproblem haben. Und ich weiß, dass das polemisch klingt, aber das ist weltweit eine Frage, die wir uns stellen sollten. Was ist eigentlich mit den Männern los? Warum haben die so starke Angst? Da könnte man auch Debatten anders aufrollen, das könnte man auch mit Feminismus, auch mit Klassenabstiegen, mit neuen Rollen verbinden, aber durch die Kopplung an die Arbeiterfrage geschieht natürlich genau das, man ist als Linker oder Linke in Bedrängnis gesetzt, weil die Arbeiter sind doch eigentlich unsere Leute, aber durch diese Männerdebatte, die so unverständlich im Moment ist, glaube ich, den Raum haben wir noch gar nicht betreten, darüber überhaupt zu diskutieren. Ich würde gleich da weiter argumentieren. Es ist ja, also jetzt, um nochmal nach Österreich zu schauen, in Österreich ist der Arm-Reich sozusagen die Weid sehr, sehr viel kleiner als in Deutschland. Das heißt, es ist hier keine Erklärung aus der Ungerechtigkeit und als damals eben diese Regierung zustande kam, haben sich viele gewundert, warum ist es eigentlich passiert und es kam dann eben genau diese Argumentation, ja eigentlich sind alle so ein bisschen müde von den etablierten Parteien, jetzt gibt es halt mal was anderes, auch wenn man weiß, dass die jetzt stümperhaft hier rum arbeiten werden. Aber ich glaube, dass das Thema der Männer wichtig ist und ich glaube auch, dass das Thema Race nach wie vor zentral ist, weil es ist nämlich kein Zufall, dass es eben um Männer geht, um weiße, starke Männer, mit denen wir jetzt hier zu tun haben und die sind eben alle weiß und in USA hat das gerade damit zu tun und ich glaube, das hat auch in Deutschland damit zu tun mit der Angst, dass man die Dominanz als weiße Mehrheit verliert und das ist in USA in spätestens 20 Jahren der Fall und davor gibt es ganz klar Sorge und davor hat man Angst und da hat es eben auch damit zu tun, dass diese Mythen der unterschiedlichen Gruppierungen, jetzt zum Beispiel vergleichen USA, aber in Deutschland ist es ja genau gleich, weiß jemand was über die Erinnerungskultur der Gastarbeiter in den 50ern? Lernen die deutschen Schüler was darüber? Nein, natürlich nicht und das gleiche ist in den USA der Fall, also das Thema Great Migration, Sklaverei und so weiter, das ist alles marginal, das ist kein zentrales Thema in den nationalen Mythen und das hat man übersehen lange Zeit und ich glaube, da haben wir sehr viel übersehen und ich glaube, es kommt aber noch ein Aspekt dazu, auch zum Thema Race, Class and Gender und das ist das wachsende Thema der Frage eben, wie viele Ressourcen gibt es noch und wer hat Zugang zu diesen Ressourcen? Weil wenn wir uns abschotten und wenn sich die reichsten Länder der Welt in ihrem Nationalismus abschotten, hat es auch damit zu tun, dass wir wissen, dass der Wachstum abnimmt und dass wir nicht reicher werden und dass der Kampf um Ressourcen schon längst begonnen hat und uns massiv beschäftigen wird in den nächsten Jahren und was mich im Moment sehr beschäftigt ist, warum die Rechten so gut darin sind, Allianzen zu schaffen, also Steve Bannon ist jetzt in Ungarn aktiv und warum wir alle damit so schlecht sind und wie wir das besser hinkriegen können, eben auch hier auch globale Allianzen zu schaffen und Gegenallianzen zu schaffen und auch entsprechend die Ebenen, die wir haben und da auch die Medien zu nutzen, weil die andere Seite sozusagen, die Medien spielen natürlich mit bei dem ganzen Thema, aber die Medien spielen auch eine große positive Rolle, nämlich dass es zu einer Politisierung kommt, dass es in den USA 2016 passiert, dass junge Leute wieder Qualitätsmedien lesen, das passiert hier langsam auch, dass es auch einen diskursiven Raum gibt, zum Beispiel in der politischen Satire, also wo man sich in den USA jetzt am meisten über Politik informiert, sind letztlich diese ganzen Comedy-Shows und Leute wie John Oliver machen das auch wunderbar, weil sie nämlich einen amüsanten Abend versprechen und man weiß tatsächlich, was in dieser Woche passiert ist und die wichtigen Dinge und ich glaube, da gibt es noch viel Spielraum, den wir nutzen können. Ja, da schwillt jemandem im Saal auf jeden Fall die Brust an, kann man sagen, wenn wir wissen, wie die Zukunft der Aufklärung liegt bei den Kabarettisten, bei den Satirikern. Gideon, auch dir jetzt, jetzt muss ich den schwenken, nochmal, jetzt sind sehr viele Themen nochmal aufgemacht worden, pick dir einfach ein, zwei Sachen raus, mit denen du auch nochmal ins, ich weiß nicht, ob man sagen kann, ins Positive, aber zumindest nicht ganz deprimierend endest. Also, ich informiere mich auch vorrangig aus Satiresendungen, das muss ich auch mal sagen, die besten Informationen, die besten Informationen kriegt man tatsächlich da, das muss ich wirklich sagen, das ist eine Funktion, aber übrigens, das ist nicht ganz neu, also das ist, da gibt es schon Politikwissenschaftliches, schon seit einer Weile sagen, das ist ein Instrument Politikwissenschaftlicher, politischer Analyse, das man nicht unterschätzen sollte und da ist schon auch was dran, ich lache trotzdem lieber dabei, aber egal, ja, das Problem ist vielleicht tatsächlich, dass wir jetzt so viele Themen haben und nochmal ein neues Thema aufzumachen, eigentlich eher eine Schwierigkeit ist, weil wir das ja heute gar nicht diskutieren können. Frau Zardorff hat ein Stichwort in den Raum gestellt, das ich für ein zentrales halte, nämlich Nationalismus und was ich vielleicht zum Schluss nochmal sagen würde, was wir eben auch erleben, ist, dass hier eine Reaktion stattfindet auf zwei Dekaden eines Prozesses, den man kapitalistische Globalisierung nennen kann und dass es bedauerlicherweise nicht gelungen ist, diese kapitalistische Globalisierung demokratisch zu gestalten und auszugestalten und das nicht hinreichend gelungen ist und ich glaube, ich meine, da liegt ein zentrales Problem, mit dem wir kämpfen und eine der zentralen Probleme beim Legitimitätsverlust unserer repräsentativen Demokratien, dass eben diese Funktionen nicht wirklich zum Tragen gekommen sind in den letzten 20 Jahren und da muss man jetzt sagen, ich sehe überhaupt keine Besetzung der sozialen Frage von rechts, das halte ich für eine große Blase, empirisch, zumindest nicht in Deutschland, in Frankreich mag das ein bisschen anders sein, in Österreich sogar auch möglicherweise, in den USA definitiv auch, aber das sind immer so Medienhypes, jetzt ist sozusagen das eine Arbeiterbewegung von rechts, empirisch ist es das, wie Naika Foroutan richtig gesagt hat oder allen empirischen Daten folgend zutreffend beschrieben hat, absolut gar nicht in Deutschland zumindest und Frankreich mag das wie gesagt anders sein, bei der Wählerschaft der Republikaner in den USA, der Wählerschaft möglicherweise auch. Also das sind, ich finde, man muss da genau hingucken, deswegen freue ich mich eigentlich am meisten über die Argumentation für empirische Forschung und würde mir wünschen, dass wir sie dann tatsächlich auch mal umsetzen, also an uns liegt es jetzt nicht, wir geben uns Mühe mit unseren kleinen Möglichkeiten und ich sehe auch so ein bisschen so eine Trendwende, dass wir da ein besseres Wissen kriegen in der Hinsicht. Also was ich eigentlich sagen will, ist, das ist auch eine Reaktion auf einen Prozess, dessen Trend ist, dass der einzelne Nationalstaat Souveränitätsrechte abgegeben hat und dass wir jetzt in einem neuen Aushandlungsprozess sind, was davon holt man sich wieder oder holt man sich nicht wieder und ist das eigentlich der richtige, vernünftige Weg der Steuerung. Wie lange diese Phase jetzt gehen wird, in der wir diesen Nationalismus, mit allen Begleiterscheinungen, also dass es sozusagen in einer medialen Berichterstattung darum geht, welche Stimmung hat denn heute jetzt, welcher Potentat wieder gehabt, wenn er zum internationalen Treffen geht und wer schafft es jetzt am spätesten zu kommen und die anderen Regierungschefs am längsten sitzen zu lassen, Putin oder Trump, dann verzweifelt man ja an Politik. Aber es ist natürlich schon auch so, dass ich denke, dass da nicht die Lösungsmöglichkeiten liegen und ein bisschen die Hoffnung auf das Chanukka-Wunder sozusagen mit mir trage, dass wir da auch wieder eine Rückkehr zur Vernunft kriegen werden. Wie lange es bis dahin dauert, weiß ich nicht. Unser Ölfässchen hat acht Tage gehalten, dann kam neues Öl, mal gucken. Aber Chanukka ist ein Fest der Wintersonnenwende und das Schöne ist, wenn sozusagen die Sonnenwende stattfindet. Wir wissen ab jetzt, wissen wir, die Tage werden wieder länger, auch wenn wir durch den Winter noch durch müssen und das ist vielleicht mein positives Ende. Das finde ich auch. In der Tat noch mal ein auch besinnliches Ende. Also unabhängig davon, ob man jetzt die Analyse zeigt, ob das wir in präfaschistischen Zeiten leben oder andere Vokabeln bevorzugt, ich denke, was klar ist, ist, dass wir eine extreme Polarisierung der Gesellschaft haben und um diesem Auseinanderdriften entgegenzutreten, braucht es Anstrengungen für die Stärkung von Zusammenhalt, für Solidarität und hierzu benötigt man Orte der offenen Debatte und wir sind jetzt sozusagen an dem Punkt angelangt, diesen Teil des Tages quasi abzuhaken, aber mit der Akademie des Jüdischen Museums Berlin haben wir versucht, in den letzten Jahren so einen Ort aufzubauen, zu etablieren. Es ist uns, glaube ich, auch wirklich gelungen und wir werden dies auch in Zukunft fortsetzen. Vielen herzlichen Dank an die Gäste dieses Podiums, Naika Furutal, Miriam Zadov und Gideon Bocz. Applaus 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 Applaus